hallo herzlich willkommen bei faddy von finstudio kodi 21.0 ist herausgekommen und zwar in der alpha 2 variante das heißt noch nicht ganz fertigen variante aber keine sorge ihr könnt sie in ruhe ausprobieren sie läuft schon sehr stabil selbst meine addons wurden alle erkannt ich installiert habe und ihr könnt euch das in aller ruhe zum beispiel auf dem rechner angucken wenn ihr es auf dem fire tv stick noch nicht installiert habt dann installiert euch einfach die 21.0 variante ich zeige euch wo ihr sie herunterladen könnt und wo ihr sie euch installieren könnt also wie ihr sie euch installieren könnt und würde einfach mal anfangen und hoffe ihr könnt ihr ein bisschen was mitnehmen wünsche euch ansonsten noch einen schönen sonntag falls nicht okay aber alle die die jetzt noch dran bleiben wollen kodi 21.0 los geht's so für alle die zum ersten mal von kodi hören kodi ist im prinzip ein medien player mit dem man video streamen kann im eigenen netzwerk also im prinzip könnt ihr euch das vorstellen wie netflix oder amazon prime nur euer eigenes netzwerk mit eigenen filmen eigenes tv eigene bilder videos es ist alles möglich ja von daher in eurem eigenen netzwerk hat auch habt auch nur ihr zugriff wenn ihr die daten nicht weitergeben und so könnt ihr euch euer eigenes in anführungsstrichen netflix oder premium oder hulu oder wie das heißt alles aufbauen und es ist dem ähnlich ihr könnt es sogar anpassen und ja ich will euch im prinzip kodi erstmal zeigen wo es runterladen könnt so ich habe jetzt hier den browser geöffnet und das ist in meinem fall der edge browser spielt aber überhaupt keine rolle welcher das ist im edge browser gebe ich ganz oben in die adresszeile nicht in die suchleiste in die adresszeile gebe ich ein kodi.tv und drücke enter und schon bin ich auf der richtigen seite von kodi genauso wie ich das möchte und beim edge wird ja alles automatisch übersetzt damit habe ich auch alles in deutsch kodi ist im prinzip ja eine bessere variante eines smart tvs wo ihr ja verschiedene apps wie netflix oder amazon prime und sowas habt und kodi ist im prinzip alles in einem ihr könnt bei kodi spiele spielen filme installieren letztendlich streamen musik streamen tv sendung streamen oder eure fotos der familie anschauen ja das würde sogar so weit gehen dass deine oma zum beispiel von zu hause von ihrem eigenen zu hause über die netzwerk freigabe von der fritz box zum beispiel die videos seines netzwerks sich anschauen könnte oder auch die bilder von neu die neuesten babybilder sage ich mal ohne dass du auch nur irgendein foto verschickt hast aber dazu würde ich vielleicht mehr machen wenn mich nicht gleich youtube daraus kannte ja das verstehe ich immer nicht warum die da sich so lullig haben sage ich mal es ist ja nichts verboten ist kodi ist ein offizielles produkt letztendlich immer kostenlos und hier gibt es auch nicht irgendwas was ich illegales hier verbreite sollte es doch wieder aus irgendeinem sinnlosen grund erst gar nicht freigegeben werden oder gleich wieder gesperrt dann schaut bitte unter telegramm unter fahrt die von finstudio nach da findet ihr auch zu kodi viele viele beiträge oder auch direkt bei kodi da habe ich auch über kodi einen kanal eingerichtet so dass ihr seht wie es installiert wird aber genug davon ich gehe jetzt davon aus dass auch bei youtube die leute dazulernen so wir wollen jetzt im prinzip die variante 21.0 herunterladen deswegen geben wir jetzt hier oben auf herunterladen noch ein kleiner tipp für alle die es gleich direkt mit dem fire tv probieren wollen da braucht ihr natürlich die app downloader dazu die heißt downloader sieht gelb aus und die müsst ihr auf dem fire tv installieren und geht dort in die startseite und schreibt dort in die startseite die gleiche adresse rein kodi.tv ohne https ohne www einfach nur kodi.tv und schon findet der downloader genau diese seite hier auch und dann macht ihr alles genauso wie hier also herunterladen dann sucht ihr euch die plattform aus aus der auf die ihr jetzt gerade herunterladen wollte zum beispiel in meinem fall windows wenn ihr jetzt den fire tv nutzt oder ein mac dann dementsprechend fire tv android mac os beim mac so ich nehme jetzt hier windows und dann sage ich natürlich je nachdem wie gut mein arbeitsspeicher ist in meinem fall ist der oben end sozusagen nicht ganz aber er ist gut installationsprogramm 64 bit hast du ein fire tv würde ich dir immer 32 bit empfehlen einfach damit dann nichts an seine grenzen kommt und es flüssig läuft so jetzt wird ja hier empfohlen immer kodi v20 punkt einsetzt die aktuelle stabile version es gibt aber auch den pre-release da klickst du einfach hier oben auf pre-release und dann siehst du kodi v21 omega in der alpha 2 variante ja und die läuft schon sehr stabil muss ich sagen ich habe vorhin schon alles ausprobiert wie gesagt seine meine ganzen addons sind alle da geblieben wurden sogar gleich aktualisiert also ich kann es dir eigentlich nur empfehlen das mal auszuprobieren ja also hier musst du einfach dann dasselbe entweder 32 bit oder 64 bit kommt auf dein betriebssystem an das herunterladen und ja dann geht es eigentlich schon los du drückst auf herunterladen wird es ganz normal heruntergeladen und wird dann auch installiert so kann sein dass hier windows meckert wie immer weil es ja eine variante ist die noch nicht verbreitet ist weil kodi v21 natürlich niemand kennt angeblich diese seite wird millionenfach besucht übrigens also ihr will uns google mal wieder ein bisschen ein vorgaukeln natürlich ist das blödsinn ja von daher also wenn ihr hier auf downloads geht dann klickt ja einfach auf die drei punkte und sagt behalten keine sorge da ist kein fehler auf dieser seite wenn ihr von dieser seite runterladet da ist kein virus oder sonst irgendwas drauf microsoft defender tut natürlich hier immer rummeckern ja dann geht ihr einfach auf trotzdem behalten und dann könnt ihr es ganz normal installieren und öffnen so dann geht ihr drauf und dann wird dann wird einfach kodi einmal reicht dann wird kodi einfach installiert next i agree next wo ihr es installieren wollte ich würde c immer empfehlen ich würde das so lassen dann next und bla 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 sie haben bereits eine installation gemacht deswegen macht das jetzt nicht brauche ich nicht ihr braucht dann noch next machen dann wird das dort installiert und ja dann seid ihr im prinzip schon so weit durch dass ihr kodi installiert habt und dann geht es im prinzip hier habe ich es mir gleich dann wenn ich es installiert habe wie hier jetzt zum beispiel hatte ich mir jetzt ich schreibe es mal hier rein kodi als app installiert hier ist es ja schon wenn ich es reinschreibe dann gehe ich auf rechtsklick und sage an task leiste anheften oder an start anheften dann brauche ich es nicht ewig hier reinschreiben und suchen ich kann es auch an start anheften und ja dann ist das natürlich immer beim start vorhanden so dass ich dann beim start immer wenn ich hier aufmache kodi als letzten punkt zu finde oder ich schiebe mir einfach ganz nach oben dass ich mir kodi einfach hier hoch schiebe und dazwischen setze und schon habe ich kodi quasi immer hier vorne als allerersten punkt und brauchst auch nicht an die taskleiste kannst dann hier von der taskleiste wieder runternehmen wenn ich es gemacht habe und habe hier natürlich immer über diesen punkt zugriff auf kodi so kodi sieht bei mir natürlich schon eingerichtet aus weil ich es einfach auch schon eingerichtet habe ich habe es ja ausprobiert habe ich euch erzählt das heißt ich habe mir hier einen bereich gemacht für filme ein bereich für serien ein bereich für tv also öffentlich rechtliches fernsehen und privatfernsehen dafür habe ich einen account von wipo tv und ich habe mir das wetter eingerichtet und da sehe ich dass es heute bis zu 27 grad warm wird nicht schlecht so also ich habe hier im filmebereich und so weiter wie habe ich das gemacht ich habe letztendlich kodi aufgerufen da war alles noch in englisch dann gehe ich zuallererst bei kodi immer auf das interface in dem fall auf deutsch benutzer oberfläche gehe hier auf regional oder regional gehe auf die sprache oder language je nachdem was da steht und suche mir dann mein land aus je nachdem wo ich herkomme ja ob ich nun aus norwegen bin aus italien egal oder eben aus deutschland das muss ich dann anklicken und dann wird eben deine sprache eingestellt dann gehst du gleich als nächstes auf skins und gehst auf skins konfigurieren und dort kannst du über die hauptmenü einträge festlegen was du vorne im hauptmenü sehen willst filme serien musik wenn jetzt jemand musik haben will muss er einfach hier anschalten dann kann er eben noch kategorien bearbeiten das könnte man alles später mal erklären musik videos ich möchte in dem fall nur serien filme und tv haben dann vielleicht noch ein paar bilder das könnte ich hier einschalten videos brauche ich nicht habe ja die meine meine video schon vorne dann habe ich ja noch das wetter mit drin ich könnte mir favoriten anlegen ich könnte mir spiele anlegen und so weiter will ich jetzt alles nicht habe jetzt einfach hier noch bilder mit angeklickt damit ihr seht dass sich was verändert hat mit rechtsklick auf die maus komme ich immer wieder zurück oder über escape zur startseite so jetzt seht ihr hat er sich einfach einen neuen reiter hier eingerichtet und das zwar bilder den müsste ich dann eben noch fertig einrichten so jetzt habt ihr hier ein reiter film ein reiter serien ein reiter tv das wäre im prinzip kodi und alle die sich mit kodi schon mal beschäftigt haben wissen jetzt wie man vor geht sage ich mal um tv serien und filme einzurichten ich werde jetzt diesmal das risiko nicht eingehen und euch hier die schritte zeigen wie man auf die fritzbox zugreift oder wie man kodi jetzt hier für filme und serien vorbereitet ich weiß nicht was genau der grund ist warum google mich das letzte mal ausgeschmissen hat oder besser gesagt youtube ist ja alles dasselbe sie haben es mir nicht begründet ich habe mindestens vier mal nachgefragt die konnten mir die sachen immer nicht habe gegen richtlinien verstoßen auch nicht gegen welche also reine willkür von daher eigentlich nur sinnlos aber es ist nun mal die verbreitetste plattform das wissen die auch ist ja auch egal ich will jetzt nicht über youtube herziehen ist mir eigentlich um busen youtube aber ich wollte euch einfach mal zeigen dass es die neue variante gibt und dass die eigentlich genauso aussieht wie die alte was wirklich schön ist und das will ich euch noch kurz zeigen was mir persönlich gefallen hat warum ich eigentlich dachte scheiß machst du schnell mal ein video mir gefällt das gerade bei tv oder auch bei filmen ich zeige es euch jetzt mit zdf neo ist ja öffentlich rechtlicher sender ich kann hier übrigens auch die lautstärken verändern wenn ich das möchte ja das geht einmal über kodi selber indem ich hier die audio einstellung nutze und mache hier einfach die lautstärke runter das würde auch gehen ja das ist eine variante so muss ich aber nicht so ich kann das auch wieder zu machen sondern ich kann ganz einfach auch mit rechtsklick in meinen bildschirm äh entschuldigung dem windows symbol komme ich hier aus kodi im pc wieder raus und gehe mit rechtsklick auf das lautsprecher symbol und gehe auf sound einstellungen die öffnen sich dann und dann gehe ich auf den lautstärke mixer und da sehe ich unter anderem also alle apps die ich zurzeit geöffnet habe und da ist auch kodi dabei und das kann ich hier komplett leise oder laut machen ja und somit kann ich hier auch die lautstärke meines desktops einstellen wenn ich euch jetzt hier irgendwas vorspiele zum beispiel kodi oder was auch immer ja also ihr seht das kann man hier auch die laut und leise lautstärke also man kann hier auch die lautstärke einstellen für die lautstärke ja kann man hier einstellen ok gut wir wollen jetzt ach so was ich euch zeigen wollte und zwar kann ich wenn ich jetzt hier reinklicke öffnet sich das menü ich habe direkt was vorher auch schon war ein aufnahmebutton das finde ich gut aber das ist neu und kennt man eigentlich nur von anderen builds oder repos dass das gleich drin ist weil wenn man hier drauf klickt hat man direkt das programm aller sender die zurzeit laufen gerade bei waibu ja mit escape kommst du da wieder raus oder du hast sogar die programme die demnächst auf dem gleichen sender weiterlaufen bis irgendwann in der nacht hinein ja das finde ich auch sehr schön das ist wirklich etwas was mit ganz auf dem standort bild von kodi gefehlt hat ihr wisst ja es gibt verschiedene repos und verschiedene builds bild sind im prinzip die haut oder skins sind die haut des programms kodi wo ihr im prinzip das aussehen und das verhalten von kodi beeinflussen könnt ja und das hier ist das standard der standard skin von kodi und der ist jetzt eben auch mit zu einem sender mit so einer sender übersicht versehen und das finde ich ganz toll informationen habt ihr hier natürlich auch um was es hier geht ja faszination erde mit der steffens natürlich habt ihr auch die ganz normalen einstellungen aber diese beiden punkte gefallen mir jetzt in diesem punkt mehr ich muss dafür nicht extra neue skins installieren finde ich ganz toll habt ihr toll gemacht jungs bei kodi und da kommen bestimmt auch noch viele andere kleine sachen die uns gefallen werden in dem sinne sollte es das erst mal gewesen sein ihr solltet nur sehen wie es aussieht für jeden der es noch nie gehört hat könnt ihr natürlich auch wie gesagt auf telecom schauen da habe ich auch die auch noch videos gemacht wie ihr es installiert wie es über die fritzbox einrichtet schaut einfach mal unter faddy von finn studio und ihr werdet fündig ok in dem sinne ich wünsche euch noch einen schönen sonntag und alles gute für euch und wir drücken mal die daumen dass es youtube drin ist bis dann euer faddy von finn und 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 Untertitelung des ZDF, 2020